Uh, Ending ist nicht geil. Ja, Osiris bestimmt auch. Wow, 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 wieder Gartenstellen. Okay, nice, 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 beautiful. Hä, wie hast denn du eigentlich nur die Maske? Ich hab, achso, ja, die hab ich nie abgenommen. Okay, was geht ab, Leute, Triple C, wir spielen Blochum Race von Bochum77, a.k.a. Blochum77. Neuer Creator, den wir letztens entdeckt haben, der hat auch Rennen gebaut, wie auf die Däcker deiner Stadt. Auf jeden Fall coole Scheiße. Jetzt checken wir hier neuen Scheiße aus. Richtig cooler Kram mit blauen Loopings und so. Derbe soothe. Let's go. Wir gehen mit der Kaffeefilter in der Party. Ihr kennt ihn alle vom Xbox Creator. Es ist seit meiner Zeit auf PS4 bei uns hier. Wow, happy to have an... Oh, shit. Hittin' stuff. Okay, zwei da. Ich kann mir das mir vorstellen, so, wie es ist, so, wie es ist, so, ganzes Monat und so, jetzt auf YouTube und dann so, erstmals geht an über die Dächer deiner Stadt. Auf die Dächer deiner Stadt. Ey, Bochum, Alter, wenn du dir das anguckst, so, hast du es mit Absicht so geschrieben oder wirst du es einfach nicht besser, so? Auf die Dächer deiner Stadt. Ich finde es auf jeden Fall derbe lustig. Ich feiere es derbe, so. So, für die Armys ist es halt so, auf die, also ich habe es mit Kollegen gespielt, so, die immer so, auf die Dächer deiner steht. Für uns ist es auf jeden Fall lustig, so. Auf die Dächer deiner Stadt. Und hier in der Beschreibung von dem Rennen steht, pro Testfahrer gesucht. Kein Auto empfohlen, gar nichts, pro Testfahrer gesucht. Oh, endlich ist die geil. Ja, Osiris bestimmt auch. Wow, 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 wieder gerade stellen. Okay. Nice, 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 beautiful. Super, geil. Derbe, smooth, richtig cool. Und Kaffee ist auf jeden Fall schon einen halben Kilometer voraus, so. Das kommt ein Entity, ich bin schon im Schimpfseil. Hier, Bluchum, das ist dein Protestfahrer, Kaffeefilter, so. Wenn er mit 30 Sekunden Vorsprung vor mir endet, so, dann funktioniert das Rennen auf jeden Fall. Schau dir morgen mal an, kann ich dein Protestfahrer sein? Das würde ich schon freuen. Seit Beruf, Protestfahrer, wollte ich schon nochmal sagen. Was arbeitest du? Ich bin Protestfahrer von Bluchum77. Okay, nice, nice. Das heißt, Oh, Who likes palm trees? Oh, shit. Okay, warte, ich warte jetzt. Oh, nee, dann kriege ich nicht mehr Geld, oder? Nee. Egal. Da kommt einer. Pass auf. Ah, jetzt fahre ich durch. Okay, auf jeden Fall geiles Rennen. Super funktioniert. Oh, der Typ hat keinen Spoiler. Mal schauen, wie das jetzt kommt. Wow, 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 wow. Ah, Oh, nee, kann er cheaten, Checkpoint, oder? Ja, fahren, Checkpoint, Dingi. Ah, hat sich gereilt. Das muss er unbedingt ändern. Du musst einfach nur runterfahren und einfach auf ein Checkpoint springen. Da muss man unbedingt mal integrieren jetzt in die Quater-Szene. Wenn der jetzt hier mal... Ja, machen wir auf jeden Fall mal. Richtig mal, Base-Rick so. Leute, Link ist unten in der Description. Wie heißt das Beschreibung? Klicken, bookmarken, die anderen Races checken. Lohnt sich auf jeden Fall. Link ist da in der Description, guys. Go check it out, bookmark it, give it a play. Kaffee Filter-Takes-First, nice one. Thumbs up. Ich mach dich.